Jesper Lindström verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt nach Italien zum amtierenden Scudetto-Sieger nach Neapel. Im Gegenzug gab die Eintracht nun den Transfer von Fares Schaibi bekannt, der aus Toulouse kommt. Doch wer ist der Neuzugang überhaupt, was sind seine Stärken und Schwächen und wie passt er dementsprechend in das System von Frankfurt, genau das werde ich euch heute mal zeigen. Und zunächst einmal die Grundinformationen, der Junge ist 20 Jahre alt, wird bald 21, ist 1,83 Meter groß, hätte ich tatsächlich so selbst ein bisschen kleiner erwartet, aber ist auch physisch schon recht weit für sein Alter, nicht überragend, aber jetzt auch nicht so, dass er dahinter herhängt. Und ansonsten ist er eben in Lyon geboren und dementsprechend wurde er sowohl in der Lyon als auch in der Toulouse-Jugend ausgebildet, welche beide zu den besten Nachwuchsakademien Frankreichs und dementsprechend eigentlich auch der Welt gehören. Letztes Jahr war tatsächlich auch erst seine Debütsaison im Profifußball, in der er direkt mit 5 Toren und 5 Vorlagen überzeugen konnte. Zudem hat er Toulouse im Halbfinale recht spät ins Pokalfinale von Frankreich geschossen, da sie dann eben auch später gegen Nantes gewinnen konnten, weshalb sie dieses Jahr auch europäisch in der Europa League vertreten sind. Somit tatsächlich sogar höher wie die Eintracht, die nur Conference League spielt. Dennoch vom Kader und dem Gesamtgebilde wird man da eher unten in der Liga mitspielen und bei Frankfurt wird er zum einen mehr verdienen und auch in der Liga eher oben mitspielen. Vom Spielertyp her ist er ein Spieler, der sich in den Halbräumen sehr wohl fühlt, aber von der Position flexibel ist. Bevorzugt kommt er über den linken Flügel und zieht mit seinem starken rechten Fuß nach innen, aber er kann durchaus auch zentral auf der 10 oder der 8 starten und auch über rechts kommen. Er überzeugt mit dieser Variabilität und einer guten Chancenkreation im letzten Drittel, da er gute Spielmacherqualitäten dank einer guten Übersicht aufweisen kann. Im Altersvergleich gehört er zu den besten U21-Spielern in den Top 5 Ligen. Im Überspielen der letzten Abwehrreihe spielt er extrem viele Steckpässe und Pässe in den Strafraum. Dementsprechend ist er natürlich auch technisch sehr begabt und gilt als Zocker mit Ball am Fuß. Der algerische Nationalspieler kann mit einer engen Ballführung vor allem im Dribbling überzeugen. Dabei kommen ihm seine Beweglichkeit und sein Antritt zugute, wobei er auf Strecke nicht der allerschnellste Spieler ist. Er nimmt sich viele Abschlüsse, oft auch aus der Distanz und zeigt da ein gutes Selbstvertrauen für sein junges Alter. Dennoch muss er mit sieben vergebenen Großchancen in der abgelaufenen Saison noch daran arbeiten, direkt vor dem Tor noch abgezockter zu werden. Wie im System von Toulouse erfordert, ist er sehr fleißig gegen den Ball und zeigt da eine hohe Intensität und Einsatzbereitschaft, was man auf den ersten Blick gar nicht mehr von so einem Spielertyp erwarten würde, was bei ihm aber definitiv der Fall ist und auch gut in das Spiel der Eintracht passt. Vergleichen wir ihn mit dem abgehenden Lindström, so sieht man, Shai Bi kommt im Vergleich zu Lindström mehr über die Kreativität wie übers Tempo, macht weniger Tiefenläufe und ist auch weniger torgefährlich, aber setzt dafür er seine Mitspieler in Szene mit einem deutlich höheren kreativen Output. Er passt dementsprechend besser in den Spielstil unter Topmöller, der ja mehr auf Spielkontrolle und Ballbesitz wie reines Umschaltspiel setzt bzw. setzen will. Vielmehr scheint er mir ein verspäterter Kamada-Nachfolger zu sein. Sowohl als offensiver Mittelfeldspieler sieht man hier klare Ähnlichkeiten, als auch hier im Vergleich mit zentralen Mittelfeldspielern, wobei Kamada das natürlich häufiger und tiefer gemacht hat letzte Saison. Nun also noch die Frage, wie passt er ins System bei Frankfurt? Und zunächst einmal hat er im 4-3-3 von Toulouse meistens als linksaußen gespielt, öfters auch rechts, aber auch auf der linken Achterposition. Dementsprechend passt er auch positionstechnisch eigentlich echt perfekt in das 5-3-2 von Frankfurt, da er da so ein Zwischending sein kann, was mit der zusätzlichen Absicherung einer 5er statt 4er Kette gegeben ist. Aber seine Flexibilität ist hier vor allem sehr wichtig, so kann er auch bei einem 3-4-3 mal eine Halbraumposition besetzen, aber gleichzeitig auch je nach Gegner oder Spielstand auf der Doppelseck spielen und mit balltragenden Läufen das Spiel nach vorne bringen. Stellt man aber auch mal auf 4er Kette, so kann er ebenfalls sehr flexibel offensiv eigentlich überall eingesetzt werden. Sein Potenzial ist riesig, nicht umsonst lässt er sich auch einen stolzen Betrag kosten. Den Übergang von Liga A zu Bundesliga hat ihm Kolomuanyi perfekt vorgemacht und führt man ihn nun behutsam an das Team heran, kann er eine wichtige Ergänzung für den Kader sein und gerade bei Dreifachbelastung mit der Conference League seine Entwicklung durch Einsatzzeit fortsetzen und der nächste teure Verkauf in der Zukunft werden. Das soweit meine Transferanalyse zu Fares Shaibi zu Eintracht Frankfurt, lasst mir gerne eure Einschätzung zu ihm in den Kommentaren da. Stimmt ihr mir überein oder seht ihr was anders? Schreibt es gerne unten rein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!